Hallo und herzlich willkommen zur Sonntagsfolge von Stranded Alien Dawn. Ist schon richtig schön, was wir haben, wie es bei uns weitergeht. Ist das wirklich schön. Und ich befürchte auch, schön langsam neigt es sich dem Ende zu. Also befürchten. Unser Team wird dann gerettet. Das ist super. Ja. Oh. Schau, wie schön. Ist da immer so blitzt, aber auch. So. Ähm. Was? So, der Winter nähert sich. Genau. Granaten erforscht. Auch schön. So, der Winter nähert sich. Das ist gut, schlecht, wie auch immer. So. Lara. Was macht sie denn? Sie pflanzt nach. Das ist super. Ich dachte, die Felder sind komplett durchgepflanzt. Okay. So. Bevor du das hier düngst. Dünger das hier bitte. So. Was haben wir da noch an Ressourcen? Okay. Ja. Super. 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 So. Ich weiß nicht, wann ein nächster Angriff kommt. Ist auch alles nicht so tragisch. Aber. Aber. Oh. Ja. Fortgeschrittene Bögel. Super. Oh. MP-Graten. Ja. Siegelräume. Ja. Da tut sich was. So. Ähm. Genau. Die sind abgedreht. Das ist gut. Wir schauen mal, wer was tut. Jack fertigt. Och. Jack fertigt. Treibstoff an. Das ist äh. Ja. Kann er machen? Burnout. Jack. Wie geht's ihm? Moderate Schmerzen. Ist da was drin für ihn? Nö. Aber ist da was drin? Was sind denn die? Wo sind denn die? Ja. Flambierte Früchte. Jack. Ich hoffe, das gefällt ihm. Ja. Geht schlafen. Möchtest du? Ach komm. Geh schlafen. Okay. So. Emeline. Ähm. Transportiert die Dinge. Mach nochmal flambierte Früchte bitte. So. Lara macht irgendwas draußen. Und Samantha kümmert sich um ein Gärfass. Auch großartig. So. So. Emeline. Kannst du noch was kochen? Auftanken. Ausschalten. Nö. Grenzwert reicht. Nicht genug Ressorten. Naja. Ah. Mal den hier. So. Check. Mindcheck. Ich möchte nicht, dass du noch mehr Treibstoff hier händisch fertigst. Er ist gestresst. Er ist gestresst. Mach mal so einen Helm. Oh, Thales ist auch gleich fertig. Fortgeschrittene Möbel. Super. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie schnell das jetzt mit der Forschung geht. Ja. Weil du konsequent weitermachst. Ja. So. Hier will ich, nein. Hier will ich was adaptieren. Wir haben Verbände tierfette Heysalbe. Alles super. Pflanzig flüssig Treibstoff. Und zwar aus Ölen. Achso. Wir müssen den Vorderen nehmen. So. Flüssig Treibstoff aus Ölen. Das machen wir weg. Beruhigungsarmbrust. Eigentlich brauchen wir die auch nicht. Fraß 50. Ja. Super. Flüssig Treibstoff aus Dünger. Da haben wir. So. Super. Und erste Hilfigkeit. 127 Stück. Super. So. Hier. Elektronische Geräte 30. Wobei die drucken wir uns ja. Ähm. Pulsgewehr. Regan 2. Haben wir nicht eigentlich. Ach das. Der vordere. Ähm. Pulsgewehr 2. Pulsgewehr. Nö. Haben wir nicht. Regan 2 haben wir. Okay. Okay. So. Samantha. Und dann kannst du essen. Och. Emeline. Ich weiß nicht. Würde Fleischbeeren. Düngelie war das. EMP-Granaten. Wahnsinn, oder? EMP-Granaten. 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 So. Eminen. Bevor du schlafen gehst, mach hier nochmal eine Anröcher, bitte. Super, Jack, wie geht's dir? Müde, ängstlich, moderate Schmerzen, ja. Machen wir noch so eine Hose. Eine Frachtkapsel. Eigentlich könnte man aber Talas hinschicken, wobei Talas forscht so schön. Oh, die Solardächer, das wäre auch schon schön. So, Expedition. Fachkapsel. Also, neun Stunden dauert das? Ist ja ideal. Aber nicht für Talas. Die Drohnen sind der Hammer. Ach so, ja. Wir hatten ja auch Aktion. Kleidung austauschen. Oh, der sieht schon gut aus. Da ist alles Kohlenstoff 2 da, super. So. Samantha, großartig. Ähm, nimm dir da mal... Oh, es gibt noch keine ordentlichen Stiefel. Nö, dann warte noch Samantha. So. Zielgeräume. So, Jacket schlafen. Wenn Jack munter ist. Dann schicken wir ihn wieder weg. Oder? Ich denke schon. So, so. Oder wir schicken gleich Samantha. Das ist ja auch eine gute Idee. So, Frachtkapsel. Samantha schicken. Bam. Okay, mach das mal. So, ja. Jacket zuerst mal essen. Okay. Das ist gut, wenn Jack das macht. Finde ich in Ordnung. So, Emeline. Mach auch noch mal was davon, damit wir da schön auf Vorrat was haben von dem Zeug. So, super. Und jetzt könnte man Jack losschicken. Und zwar, wie wäre es mit dem... Nein, das ist ja auch nicht. Aber Öltanker. Jack. Hier. Bam. Ach, noch welche? Grenzwert reicht. Okay. Okay. So, fortgeschrittenen Möbel. Schauen wir uns das mal an. Möbel. Oh, ich nehme Stühle. Ja. Was haben wir da? Oh, wir können schon... Oh. Oh. Wir haben ja im Moment die hier. So, das und das. Teil das. So, wir sind gerade beim Möbel. Wir haben... Nein. Beim Stuhl. Den da. Sorry. So, Möbel. Können wir auch einen größeren... Oh, ein Kohlenstofftisch. So, dann machen wir den weg. Talas. Reißen wir den Holztisch ab. Bam. Und wir wollen einen neuen Esstisch. Hier. Fertige Stufe zu niedrig. Irgendwer wird das wohl können. So, was haben wir noch für Möbel? Äh, ein großer Tisch. Ah ja, Bett. Oh, ein Kohlenstoffbett. Oh, das ist auch was Feines. Ja, weil bisher haben wir ja so Hauptborger. Ich reiß mal das hier ab, ja? So, Emeline. Reißt du das mal ab? Bam. Dann Möbel. Bettchen. Mit Kunststoff, mit Leinenstoff. Hm. Wir machen das hier. Moment. Ja. Emily. Bau mal Samantha's Bett, bitte. Oh, Expedition Frachtkapsel. Suche nach Medikamenten, nimm essbares. Suche nach Kleidung, brauchen nicht. Lösche das Feuer. Ja, machen wir das mal. Ansonsten hätte ich Nahrung mitgenommen, nötz. Wunderbar. So, das Bett ist Samantha's Bett, haben wir gesagt. Denke ich mal. So. Super. Ähm, Lager, da haben wir auch irgendwas Neues bekommen. Arbeitsbereich. Ja. Ja, aber dürfen nicht verlassen. Wir wollen ja, dass sie herumlaufen. Ah, die sollen ja rumlaufen. Oh. Fleischbeeren. Okay. Wahnsinn, oder? Dieser Talas. Eigentlich könnte man das inzwischen auch mal. Besitzer Emily. Pass auf, Talas. Reiß das mal ab. So, und jetzt stellen wir dort Möbel. Nein, 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 nein. Möbel. Bett. Kohlenstoffbett. Wir nehmen wieder Stoff. So. Und Emeline, bau dir mal bitte dein Bettchen. Genau, aber das ist Emeline. Genau, aber das ist Emeline. So, abgeschlossen. Öltanker. Jawohl. Ach ja, Unterkünfte. Ach ja, jetzt ist hier, bei Boden, Bodenbelag und so weiter, haben wir jetzt hier Dach, Altmetall, Stein, Ziegel, Beton. Ja, Lichtwärme, da haben wir jetzt auch irgendwas dazu bekommen, Feuerstelle, aber aus Ziegel. Okay, ja. So. Seit die Fahrerkammer hier, das ist nicht gespiegelt, das ist der Originale, so Rezepte kopieren, verhüten, brennen. Und hier sind dann die Ziegel, da brauchen wir Heu und bekommen, oh, Heu und Ziegel, okay, aus Stein bekommen wir Beton. Machen wir da von Mai bis 100, ja. So, dann würde ich aber tatsächlich sagen, es ist 5 Uhr früh, Abriss, Abriss, oder? Ja, machen wir das. Da das ist, Samantha schätzt die Pilzfackel. So, und dann bauen wir hier Möbel, das schöne Kunststoffbett. So, einmal hier. Ah, wird die gleiche, das zweite auch, egal. Und mit dem hier. So. Dieses Bettchen zuweisen, wir haben bereits, nö, Talas liegt ja hier, Emeline und Samantha, das heißt, hier kommt, ach so, ja, Lara. Und hier kommt Jack. Wie sieht es Lara eigentlich so? Aber die braucht unbedingt Kleidung. Ach komm, Lara, du tust jetzt Holz hacken, das ist ja also. Oh, das ging aber schnell, Lara. Machen wir noch ein T-Shirt dazu. Super. Lara pflanzt, ja, Lara pflanzen ist okay. So, Jack ist noch immer unterwegs. Nein, wir schicken noch keinen weg. Ja. Noch nicht, meine Lieben. Noch nicht. Noch nicht. Kunststoffräume, super. Keine Forschung danach. Talas wird auch mal hier rumwurscheln, aber... Solardächer. Ja. Das wäre schon cool. Meteoriten-Schauer. Da bin ich aber gespannt. Hoffentlich... Nicht bei uns hier. Meteoriten-Schauer-Gewitter... Naja, der Winter bricht langsam an. Was macht sie denn da? Super. Ja klar, Jack kümmert sich um seine Pfeife. Ja. 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 Eigentlich braucht sie das nicht mehr düngen. Zu spät. Erforscht Solardächer. So, Lara. Ach, schade. Ach, schade. Ah, ja. Das ist ja noch ein bisschen düngen. So, wir gehen rauf. Wow. Da. Und schon ist er dort. Ja. Wie viel kommt er raus? Ja. Ja. 20, okay. Ach, Kohlenstoffräume. Super. So, wir haben hier... Wir hatten doch die Solardächer, oder? Aber wo sind die jetzt? Müssen wir nicht hier irgendwo? So. Produziert 5. Das heißt, wir könnten... Ja. 22, 13, natürlich sind es jetzt... Was dieser ja Die, die... Ich weiß jetzt einfach... Verrõh, rot. Oh, du hast ja noch Zeit, Du hast ja auch... was du芬 hast denn mit denskaillen? Tai, groundwater. Vers dir immer noch mal zur pound. Und dann halt. Dann mach ich mal wieder mit behavi Ừ. Ja, okay. Oder wir reißen die einfach ganz schnell ab. Das können wir aber machen, dass wir die einfach der Länge nach einfach abreißen, ersetzen wird irgendwie nicht so richtig, vielleicht habe ich es auch falsch angewählt, kann ja alles gut sein, oh der Sturm, so, Witzdach. Oh, jei, jei, okay. Neun Räume, 117 Holzboden. Ja, wobei den Boden hier. Und den Holzboden hier. So, ich schicke mein Talas. Expedition Supercomputer Nöhe auf Öltankertour. Talaspam. Jawoll. So. 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 -, So. 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 Oh. Emily macht Pfeifchen, yeah. Ja, er müsste echt nicht mehr düngen, also wirklich nicht mehr. So, was haben wir beim Öltanker? Der Auftrag ist nicht gründer, aber okay, gut gemacht. Na bitte. Check, ist noch immer beim Abbauen? Kommt da doch mehr aus, als ursprünglich vermutet? Ah nein, elektrische Wand, ja, irgendwer wird das dann reparieren. Ah, Jack braucht unbedingt neue Kleidung. Nachher geh schießen. Okay, von hier können Sie das gut. So, Talas ist noch unterwegs. Ich habe die Sorge. Ich habe die Sorge, Talas kommt nicht rechtzeitig. Von da hinten droht die Gefahr. Meine Lieben, das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Äh, Kohlenstoffraum möchte ich hier tatsächlich fertig machen, damit wir die Solardächer machen können. Und obendrauf würde ich dann tatsächlich diese, äh, Orbitalantenne drauf tun. Ah, es wird Zeit. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.